Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein Eine-Woche-am-Arm-Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeit-Fazit nach über einem Jahr. Hallo und Willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Langzeit-Fazit ist mein Thema heute und heute geht es um diese Uhr. Es ist die Stowa Pro Diver Stahl. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist noch die Stahl-Version, nicht die aktuelle aus Titan. Und das ist auch der Tragegrund für mich. Ich habe zwei Uhren in meiner Sammlung, die ich regelmäßig rausnehme, wenn es entweder etwas robuster zugeht oder ich schlicht und ergreifend ganz deutlich merken möchte, dass ich eine Uhr am Arm habe. Das ist die U1 von Sinn und in noch größerem Ausmaße die Stowa Pro Diver Stahl. Die ist richtig schwer, man merkt die am Arm. Man merkt auch, wenn sie sich am Arm bewegt. Also diese Uhr vergisst man nicht. Die ist einfach wahnsinnig präsent, sowohl in der Optik, weil es schon ein ziemlicher Brocken ist, als auch im Gewicht am Arm, wenn sie sich bewegt. Das ist auch der Grund, weswegen ich auf das Stahlband zurückgewechselt habe. Ich hatte zunächst Isophrane Bänder dran, aber die sind mir nicht flexibel genug. Ich mag dieses Stahlband, was echt super flexibel ist und was es der Uhr eben ermöglicht, sich auf dem Arm zu bewegen. Und so, dass sich die Bewegung und auch den Anschlag, wenn das Band erreicht ist, wenn die Bewegung des Bandes ausgereizt ist. Alles das mag ich total und aus diesem Grunde trage ich die Uhr. Also wenn ich eine Uhr wirklich am Arm spüren möchte, dann kommt die an den Armen. Es gibt zwei Sachen, die ich an der Uhr überhaupt nicht gut finde. Das ist zum einen die Lünette, weil der Nullindex, also der Index, der die Skalierung beginnt bzw. beendet, nur durch das farbliche Feld gekennzeichnet ist. Ich hätte mir hier irgendeine andere Art des Symbols gewünscht. Ein Quadrat, einen Doppelstrich, ein größeres, ein kleineres Dreieck, irgendwas. Aber die drei Dreiecke auf der Uhr sind alle gleich groß. Und dazu kommt, dass das Dreieck, was sich farblich absetzt, nämlich das Schwarze, im Augenblick auf der 9 Uhr Position, nicht der Nullindex ist. Normalerweise würde ich nach dem Symbol suchen, was sich unterscheidet und das als Nullindex setzen. Ist es aber nicht, sondern es ist die 45er Markierung. Finde ich nicht glücklich gemacht. Insofern ist das eine Lünette, die ich tendenziell sehr oft falsch einstelle. Ein zweiter Punkt ist, und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich jetzt wohl fest auf dem Stahlband bleibe. Die Stege sind beidseitig verschraubt mit relativ kleinen Schrauben. Und ihr kennt das, Schrauben am Band muss man fest anziehen, was dazu führt, wenn man sie löst, man auch festgezogene Schrauben lösen muss. Ich habe mir hier schon einige kleinere und größere Kratzer in das Gehäuse gemacht beim Bandwechsel. Ist für mich jetzt nicht so mega dramatisch, weil es eben eine Einsatzuhr für härtere Einsätze ist. Da akzeptiere ich das. Ich habe mich zwar bei jedem Kratzer geärgert, aber im Nachhinein habe ich es akzeptiert. Aber da hätte ich mir echt super gerne irgendetwas anderes gewünscht. Von der Rückseite ist das natürlich klasse, kann man das sehen. Überhaupt kein Spalt zwischen Band und Gehäuse. Das ist eine schöne Sache. Aber das Verschrauben der Stege mit diesen Schrauben ist für mich echt ärgerlich. Ich habe die Uhr gebraucht gekauft, zu einem sehr fairen Kurs. Ich weiß gar nicht, wie der Gebrauchtmarkt für diese Uhr ist, ob es sie noch häufig gibt oder ob mir das Titanmodell angeboten wird. Ich weiß, das Stahlband zu der Uhr ist auch relativ selten. Also diese Kombination als Stahlgehäuse mit Stahlband ist relativ selten. Ich mag sie sehr gerne, wenn ich wirklich was am Arm spüren möchte. Und insofern ist das für mich ganz klar ein Keeper. Die ist jetzt knapp anderthalb Jahre in meiner Sammlung und wird ganz bestimmt auch noch eine längere Zeit in meiner Sammlung bleiben. Bis zum nächsten Mal.